Einen wunderschönen guten Tag meine liebe Freunde damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja meine lieben Freunde, heute werde ich ein neues Bild sprayen und zwar mache ich das auf Anfrage von einem Abonnenten, einem Freund, Community-Mitglied, wie auch immer. Der hat mich gefragt, ob ich ein Bild sprayen kann. Er steht so auf Planeten und Galaxie, Galaxie, Sterne, Farben, Effekte und ich habe mir gedacht, komm, machst du das Ganze? Für den lieben Kypie One mache ich das Ganze. Der hat sich das Ganze gewünscht. Aber bevor ich anfange, das Bild zu sprayen, wollte ich euch mal zeigen, womit ich mich hier ausgestattet habe. Und zwar war ich jetzt gestern im Baumarkt und habe mir ein paar Sachen besorgt. Mein Vorteil ist einfach bei uns im Haus, wir haben halt einen richtig großen Balkon. Da habe ich mir so eine, ja aus Minecraft mäßig, habe ich mir so eine Hütte zusammengezimmert. Ja, ganz bröde, ganz einfach, simpel. Ja, ich habe vier große Spanplatten gekauft im Baumarkt. Könnt ihr hier oben sehen, das ist halt das Dach hier. Ja, habe ich halt befestigt. Da auf der Seite und da auf der Seite auch ebenfalls, ja. Ja, ansonsten haben wir, habe ich noch einfach so ganz rigoros einfach so Holzpfosten hier gekauft. Für jede Seite eine, damit das auch ein bisschen Stabilität hat. Ja, und unten der Boden ist genau dasselbe. Auch zwei Spanplatten besorgt. Ja, und hier habe ich jetzt meinen kleinen, draußen, beziehungsweise hier draußen habe ich jetzt meinen kleinen Bereich, wo ich halt Bilder sprayen kann, meine Sachen lackieren kann, wie Playstation oder sonst irgendwas. Ja, ist auf jeden Fall richtig geil geworden. Ansonsten habe ich das Ganze hier noch mit einer Plane abgedeckt. Ihr könnt sehen, ist jetzt nicht die beste Plane. Es ist einfach nur provisorisch gewesen. Ich werde mir noch eine bessere besorgen, damit das auch ein bisschen besser hält. Ja, ansonsten habe ich hier noch meine Kamerahaltung dran jetzt. Und was ich mir auch gekauft habe, ist für die Beleuchtung. Das ist echt cool, muss ich sagen. Seht ihr das? Ja, das sind so Arbeitsleuchten, sind das. Davon habe ich mir zwei Stück gekauft. Ja, die sind glücklicherweise Akku betrieben. Die haben eine Betriebszeit von zehn Stunden. Also kann ich auf jeden Fall was draus machen. Ja, Freunde, und ich würde sagen, fangen wir an mit dem Bild für Kaipi One, was er sich gewünscht hat. Mit Planeten und Galaxi und Sterne. Also ich würde sagen, wir legen los, Freunde, und viel Spaß. Okay, Kaipi One, los geht's mit deinem Bild. 경au Ich bin der Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Under the sea. Under the sea. Where are you now? Another dream. The monster's running wild inside of me. I'm fading. I'm fading. So lost. I'm fading. I'm fading. So lost. I'm fading. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go. A deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing. Alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the sky. The faint of sight. You set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the sea. Under the sea. Where are you now? Under the dream. The monster's running wild inside of me. I'm fading. I'm fading. So lost. I'm fading. I'm fading. So lost. I'm fading. You're dying. 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 You're dying Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.